Der diesjährige Nobelpreis für Physik geht an Pierre Agostini, Ferencz Krauss und an Nullier. Sie werden für experimentelle Methoden zur Erzeugung von Atosekunden-Lichtimpulsen für die Untersuchung der Elektronendynamik in Materie geehrt, teilte das zuständige Gremium des Karolinska-Instituts in Stockholm mit. Die Preisträger haben demnach Lichtblitze erzeugt, die kurz genug sind, um Schnappschüsse von extrem schnellen Bewegungen von Elektronen zu machen. Arnn entdeckte einen neuen Effekt durch die Wechselwirkung von Laserlicht mit Atomen in einem Gas. Agostini und Krauss zeigten, dass dieser Effekt genutzt werden kann, um kürzere Lichtimpulse zu erzeugen, als dies bisher möglich war. Bereits am Montag wurden die Preisträger im Bereich Medizin bekannt gegeben. Der Nobelpreis für Medizin geht an die Ungarin Katalin Kariko und den US-Amerikaner Drew Weisman, die für ihre Leistungen zur Entwicklung der mRNA-Impfstoffe gegen das Coronavirus geehrt werden. Die Preisträger erhalten in diesem Jahr ein höheres Preisgeld als im Vergangenen. Die Summe wird um eine Million schwedische Kronen auf elf Millionen Kronen angehoben. Umgerechnet entspricht das nach derzeitigem Umrechnungskurs knapp über 950.000 Euro. Seit 1901 werden die Auszeichnungen an Nobels Todestag dem 10. Dezember in Stockholm und Oslo überreicht. Bisher wurden bis 2022 nach Angaben der Nobel-Foundation insgesamt 615 Nobelpreise an 989 Persönlichkeiten und Organisationen verliehen, darunter 61 an Frauen. Und sie waren sehr glücklich.